Endlich Gewissheit! Auf diese Nachricht haben die Fans von Helene Fischer sehnlichst gewartet. Endlich gibt es Neuigkeiten, was die ausgefallenen Konzerte der Schlagerkönigin in Österreich und der Schweiz angeht. So veröffentlichte der Veranstalter, die Lloyd Gap Entertainment Group bereits vergangenen Samstag, dass schon am Donnerstag ein fixer Nachholtermin für ein Helene Fischer Konzert präsentiert werden könne. Nun steht der Termin endlich fest, am 26. März 2021 wird Helene Fischer in Bad Hofgastein auftreten. Die Fans freuen sich riesig über den neuen Termin. Endlich, das Warten hat ein Ende. Ein Fan schreibt, da fahren wir hin, ein anderer schreibt, cool. Die Fans dürfen sich also endlich auf eine Live-Show von Helene Fischer freuen. Auf Facebook schrieb die Lloyd Gap Entertainment Group schon am Samstag. Good News. Für alle Fans und Freunde von Helene Fischer gibt es Good News. Das lange Warten hat ein Ende. Wir haben uns für einen der möglichen Ersatztermine entschieden. Doppeltes Ausrufezeichen. Den Termin präsentieren wir euch kommenden Donnerstag um 10 Uhr auf unseren Social-Media-Kanälen und unserer Homepage. Danke für eure unendliche Geduld euer Team der Lloyd Gap Entertainment Group. Unter dem Post herrscht große Freude, aber auch verständlicher Ärger. So schreibt ein Helene Fischer Feen. Mal ganz im Ernst, das ist hier kein Gewinnspiel, bei dem Donnerstag der Gewinner bekannt gegeben wird. Wir haben alles umbuchen müssen. Hotels, Züge und so weiter. Ihr könnt nichts dafür, aber wenn ihr den Termin jetzt wisst, dann gebt ihn bekannt. Denn wir alle müssen wieder neu planen und buchen. Wir haben für diese Leistung gezahlt und diese Hinhaltetaktik finde ich in diesem Zusammenhang unangebracht. Eine durchaus verständliche Kritik. Jedoch sei der Veranstalter an Sperrfristen gebunden.